Mike Lee ist einer der interessantesten europäischen Filmemacher. Nach seinem ausgelassenen Film Happy Go Lucky jetzt eine Geschichte über ein Ehepaar, dessen eigentlich unspektakulärer Alltag zu einem bewegenden Film wird. Wir hatten Gelegenheit, den Autor und Regisseur zum Hintergrund seiner so überaus glaubwürdigen Arbeitsweise zu befragen. Ich schreibe nicht zuerst das Buch. Ich sammle in all meinen Filmen zunächst Schauspieler zusammen. Und ich arbeite ganz individuell mit jedem Schauspieler, um den Charakter auszuarbeiten. So wird der Schauspieler mit mir zu einem Mitgestalter seiner Figur. Damit ist jeder Charakter handgeschneidert für den Schauspieler. Ja, aber hey, willst du in diesem Jahr noch etwas in deinem Garten machen? Oh, Jerry, erinnere mich nicht daran. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen deswegen. Ich habe ihn wirklich vernachlässigt, was? Ja, das hast du. Oh, aber gestern. Na, beim Zähneputzen. Da schaue ich aus dem Fenster und sehe zwei kleine Narzissen hervorblinzeln oben aus dem Gras. Ich muss den Rasen mähen lassen dieses Jahr. Du wolltest dir einen Rasenmäher zulegen, Mary. Ja, ich weiß. Ich könnte dafür jemanden engagieren. Das kann doch nicht so viel kosten. Gärtner, Schrägstrich, Küchenchef, Schrägstrich, Freund. Ich hoffe, du hast Hunger. Ich sterbe vor Hunger. Du kennst mich. Wir werden dich mästen. Ich finde es toll, wenn für einen gekocht wird. Tja, man macht sich nicht wirklich die Mühe, wenn man allein ist. Ich jedenfalls nicht. Es steht dir gut. Oh, danke, Tom. Du bist schön schlank, weißt du. Bin ich das? Ich war schon immer schlank, stimmt, oder? Sei still. Du bist perfekt in jeder Hinsicht. Das weißt du auch. Das britische Kino hat seit jeher den genaueren Blick auf die sogenannten einfachen Leute. Was ist sein Geheimnis? Die Frage wurde schon öfter gestellt, hier in Berlin oder zum Beispiel auch in Paris. Die Frage meint auch, warum könnt ihr das in England und warum können wir das nicht? Darauf habe ich keine Antwort und ich bin auch nicht wirklich sicher, dass ihr es nicht könnt. Da gibt es in der englischen Kultur eine lange Tradition, auf die wirklichen Menschen, die arbeitenden und armen Leute zu schauen. Es geht einfach darum, eine Filmkamera zu nehmen, auf die Straße zu gehen und die Luft dort zu atmen. Es ist der Ablauf eines Jahres, in dem ein nahezu perfektes Paar, Tom und Gary, sich um seine weniger glücklichen Freunde kümmert. Der ruhige Fluss der Jahreszeiten und die kleinen und größeren Misshelligkeiten. Ein Film über das Glück, das Unglück und die eigene Verantwortung. Und gelassen wie der Jahreslauf vergeht die Zeit, die uns immer mehr hineinzieht in diesen wunderschönen Film. Der Film heißt Another Year, ein weiteres Jahr. Die Jahreszeiten kommen und gehen. Jedes Jahr folgt dem vorhergehenden Jahr, geht dem nächsten voraus. Das Leben geht weiter, wir werden älter. Im Prinzip ist es das, was der Titel bedeutet. Innerhalb des Jahres dieses Films erleben wir die Reise von Freude und Schmerz der verschiedenen Charaktere. Doch wenn der Film endet, wird ein weiteres Jahr kommen und noch ein Jahr und sie werden älter. Schon besser? Wir haben dir etwas Essen aufgehoben, ich hoffe es ist noch warm. Oh danke Jerry, das ist ja toll. Ich mach dir was Frisches, wenn du willst. Oh nein Tom, mach dir keine Umstände. Ich rauch noch schnell eine, bevor ich esse. Na dann lass ich dich mal rauchen. Sollen wir Isaac da rüber bringen? Okay. Nimm eine von denen, Mary. Schon in Ordnung, ich hab meine eigenen, danke. Mary wird mit dem Älterwerden so gar nicht fertig. Und in ihrer halsstarrigen Jugendlichkeit übersieht sie vorsätzlich die schüchternen Ernährungsversuche eines anderen einsamen Menschen. Wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut, danke Ken. Immer noch allein? Ja, das bin ich und das gefällt mir auch so. from Michael Jaicenz Wie geht's dir. Wie geht's dir?